Fragen sich die Entwickler, wieso manche Zauber nicht benutzt werden. Schaut sie mal an, die sind extrem langsam, haben nur Single Damage oder nerven einfach nur extra. Oh Gott, werft sie raus und ersetzt sie mir besser. Oder macht wenigstens die Effekte größer, stärker oder so. Das ist wie bei der Regierung, wenn man den Job nicht macht, dann weiß man, dass man sehr gut isst und alles kann. Und wenn man den Job macht, isst man dumm wie Brot. Da macht man alles falsch. Das ist leider so, aber der Grund weiß ich nicht. Da müsst ihr jemand anderes fragen. Vielleicht einer, der schon Opfer wurde. So schöne Games die letzten Jahre und alle sind bankrott gegangen. Alle sind unten abgeschaltet. Schluchz. Und wenn Reignum abgeschaltet wird, ich würde extrem höhlen. Auch wenn ich es zum Teil nicht mag, es ist immer noch eines der besten MMORPGs. Ich kann mit WoWu zum Beispiel nichts mehr anfangen. Am Anfang dachte ich, ja, Pad-System und alles mögliche, Dungeon-System, richtig gut. Aber nein, es ist langweilig. Wenn man ein Pad mit Fliegen hat, dann hat man eigentlich schon alles vom Pad-System. Und es wird extrem langweilig. Dann ist es auch keinen Droiden zu machen und selbst zu fliegen. Das ist der Schmied. Ah, dort. Oh, cool. Stufe 8. Da ist der Schmied. Okay, Quest annehmen. Lahm-Insel und Lahm-Strand. Gehen wir zuerst zum Lahm-Strand. Ein bisschen Nachwechslung. Und hier müssen wir mit Ai-Wid reden. Ai-Winde. Okay. Niemand online. Also, niemand im Schrein. So, zeig mal. Was hast du? Ach komm. Erscheine. Erscheine. Wenn ich das Tipp empfehle. Mach mal die... Ah, jetzt. Blöde Sichtwerte. Ich habe sie zwar ein bisschen höher gemacht, die Sichtwerte, sonst würden wir die Kerfe da oben nicht sehen. Aber mehr bringt eigentlich nur den Klienten zum Lacken. So habe ich wenigstens noch 25 FPS. Ja, da sieht man, wie schlecht der Klient eigentlich ist. So. Und... Und... Ja. Wie General überholt. Das schon ist... Wahrscheinlich läuft es auf einem Pentium 5,4 oder so mit... Ähm... 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 Mit einem Kern viel besser. Aber dann ist wieder die Frage, ob die Grafikkarte oder der Speicherer reicht. Tja, man kann das Rechnung nicht gut machen. Ja, was ist denn das? Hau ist da ab. Bocke, Bocke. Bocke, 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 Bocke... Bocke, 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 Bocke... Bocke, 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 B Oder nein, wir müssen sowieso wieder zu lang im Insel zu Westensdorf. Das ist näher und auf dem Weg eigentlich. So, was haben wir sonst noch? Weiß nicht. Auf die Map schauen. Okay, wir müssen nochmals zurück. So, und... Okay, keine Quest. Wir müssen nochmals zurück. Wir haben etwas vergessen. Sehr amuswäsch hier. Auch wenn die Palmen sich gleichen wie eieige Zwillinge. Man bemerkt es nicht so gut. Nur wenn man sich eigentlich konzentriert. So. So. Mit Quell, was ist das da sein? So. 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 Jo. So, meine Nackenschmerzen sind weg, jetzt kann ich wieder extrem gut trainieren, also ich will mich jetzt ein bisschen mehr anstrengend trainieren, um ein bisschen Fußball spielen zu können in einem Klub und ja, ein bisschen Abwechslung zum Let's Play. Aber eben, es ist nicht schlimm für euch, es wird nicht schlechter mit dem Upload, weil ich es einfach dann mache, wenn ich gerade nichts zu tun habe oder am Uploaden bin oder so. Aber für mich macht es sehr viel aus, dann bin ich weniger müde und ja. Wir messen, gebt Verhältnisse, super, okay. Gehen wir noch kurz in die Lahm-Insel, dann haben wir alles abgeschlossen. Und wahrscheinlich sind wir dann schon Level 9, hoffentlich. So, Sibir, das ist super, wo bist du denn da vorne? Jetzt müssen wir diese Bienenstöcke abwickeln. Ah, das sind Wespen jetzt. Ach komm schon. So, und abgeben. Gut, jetzt noch kurz in die Insel. Dann haben wir hier diese Quests abgeschlossen. Quests abgeschlossen. So. Was müssen wir hier machen? Komm, weißt du zur Lahm-Insel? Okay, B-Insel. Hab ich schon gedacht. So, B-Insel ist mir so gut. So Ben, ich müsste eigentlich hier sein. Da oben ist schon mal der erste. Und hier. Okay. Ja toll. Oh, Goblin. So, komm schon. Oh, wir haben einen Turban der Gesundheit. Leider ein bisschen schwach. So, zwei von fünf. Hier unten sind sicher noch ein paar. Ähm. Da unten. Da unten. Ja, ja. Oh, shoot shit. Hätte nicht mehr viel aus. Bei so viel Damage. Nicht genug Mangel. Ja. Ja. Ja.